Jo Leute, was geht ab? Mucca hier wieder am Start und wir chillen mal wieder. Irgendwie ist mir aufgefallen, bei jedem Vlog bin ich nur am chillen. Heute 7 Uhr morgens aufgestanden, wir haben jetzt ungefähr so halb 1. Ich habe bis 12 Uhr durchgelernt für die Uni und jetzt, ja, heißt das erstmal Beispiel, ich habe mit meinen Eltern nach den Katzen geguckt, guckt, wow, guck euch das mal an hier. Scheiß Wildnis, viel zu viele Tiere hier, ich hasse Insekten, ne? Aber auf jeden Fall geguckt, dass die Katzen, dass mit denen alles in Ordnung ist, dass das Haus in Ordnung ist, die Katzen, eine Schicksalswende, meine Eltern waren jetzt so schon, ich glaube, ein, zwei Wochen sind die nicht da und inzwischen, die schwarze Katze, die immer harmlos war, greift auf einmal die weiße Katze an, so. Die haben so ein Beef untereinander, normalerweise hat die weiße Katze immer die schwarze gemobbt, aber jetzt, ne? Wehrt sich die schwarze Katze, finde ich cool, finde ich cool, ne, finde ich nicht cool, aber sind Tiere, gehört dazu. Können wir mal gucken, wo ich hier bin. Oh, da ist wieder so ein scheiß Viecher, überall, die sind fliegende Viecher und hier ist ne Bank, setzen wir uns mal hin. Ja, was gibt's zu sagen? Heute nehmen wir Daisy Standalone auf, abends. Wer mitzocken möchte, kann gerne nachconnecten. Wir werden nicht sagen, wo wir sind, also ihr braucht mich auch nicht anschreiben, wenn ihr uns findet, dann findet ihr uns. Ich spiele nicht alleine, sondern mit Perry und Luca wahrscheinlich. Morgen nehmen wir dann noch ein bisschen Origins auf. Doch, Origins, ja. Ich wollte Tim See aufnehmen, ich wollte, mir ist gerade nicht, ich habe überlegt, mir ist nämlich gesagt worden, spielt doch mal bitte Tim See. Origins ist cool, aber Tim See war doch das allergeilste. Fand ich auch, habe Tim See installiert, habe mir die Server angeguckt, gestern, 16 Uhr, zwei bis drei Leute auf dem Tim See Server. Dann können wir nix mit anfangen, leider. Finde ich auch schade, aber so ist das leider. Ja, sonst, H1Z1 wartet noch, wir warten auf H1Z1. Ich wollte noch ein bisschen, vielleicht eine kleine Serie, diese 10, 20 Folgen, Seven Days to Die, fand ich ganz cool, das Spiel, und das war damals in der Alpha-Phase, ist, denke ich, immer noch in der Alpha-Phase. Muss man mal gucken, wie weit das ist. Sonst, was gibt es noch? Ich muss die Hand, ich muss gucken, ich sehe ja nicht, wie und wohin ich das halte, aber, ja, sonst, H1Z1, lässt auf sich warten. Boah, sie würde ich noch gerne mal anspielen, werde ich auch mal machen. Die sind völlig gerne Tiere, ich weiß gar nicht. Lass mal gucken, ob ihr das da hinten seht. Da hinten, das weiße Ding, so ein Schaf, aber hier war eben, hier war voll die geile Ziege, ich suche die mal, falls das überhaupt eine Ziege war. Ich kenne euch mit hier nicht so aus, aber ich suche mal das Ding, derzeit nehme ich euch mit. Irgendwann muss die hier sein, ich glaube, da kommen Autos sogar. Geht schön, Mann. Hilfe, saugeile Gegend hier, ich vermisse meinen Hund, muss ich sagen. Diese Fliegen, oder nicht Fliegen, da sind so irgendwelche Insekten, könnte man alle kaputt schlagen. Naja, Perry ist wieder aus dem Urlaub, wird fleißig gezockt. League of Legends, bin ich schon Platin 1, also, nur noch ein einzigen, ja, nur noch eine Liga, dann sind wir Diamond. Hier haben wir auch so ein paar Viecher, kann sich einfach mal zeigen. Hier sind Tauben, so ein kleiner Taubenstahl, voll geil. Ich mag so Naturschutz-Dinge. Das ist so ein kleines Naturschutzgebiet hier. Deswegen Bock, dass hier immer wieder spazieren zu gehen. Aber eigentlich finde ich das Teil jetzt hier nicht. Hm, Eichhörnchen habe ich eben hier gesehen. Hier war eben eigentlich so voll die komische Ziege. Ich weiß gar nicht, ob das eine Ziege auf... Ich muss überlegen, in Deutschland würde man sagen, Baran. Ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland heißt. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein cooles Ding. Ich habe hier eben nochmal so ein bisschen geguckt. Weil gerade Video starten, kommt auf einmal so angelaufen. Und ja, habe ich erstmal natürlich gefüttert. Muss man ja, muss man ja. Deswegen Leute, ich hoffe, bei euch ist gutes Wetter. Wir haben hier, wie ihr seht, ich weiß nicht, wenn ich euch mal da so zeige. Das Wetter ist, es scheint keine Sonne, aber es ist verdammt warm. Es ist warm, also ich bin hier in ein T-Shirt, ich bin hier in so kurze Hose, zwei verschiedene Socken. Muss, ne? Aber es ist warm, man kann nicht meckern. Es regnet so ganz leicht, es ist tröpfelt. Ist jetzt noch nicht schlimm. Ich hoffe, ihr habt wenigstens Sonne. Deswegen Leute, ich gehe weiter, bevor es wirklich anfängt zu regnen. Heute Abend vielleicht sehen wir uns in Daisy Standalone. Sonst, die Videos werdet ihr vielleicht morgen schon sehen. Mal schauen. Ich weiß noch nicht. Das Wichtigste ist nur, dass Freitag die Daisy Mods kommt. Deswegen Leute, haut rein.